Und wir haben die halt ewig gesucht, weil die nicht aus dem Stand rausgekommen sind. Und dann wollte doch der Marco suchen, der ist nicht reingelassen worden. Ja, Gamescom ist halt schon, was die Planung angeht. Organisation und so, ja. Einmal war es nicht, da war ein Gefühl, glaube 35 Grad. Draußen sind immer die Höfe. Auf einem Meter Schatten waren 30 Leute so halber. Ja. Ach, da drüben ist nette. Oh Gott. Ich mach nur Scheiße gerade. Ich bin überhaupt nicht anwesend. Ich auch. Oh fuck. Du willst mich nicht anwesend. Ey, ich komm da nicht hoch. Was ist denn da los? Ich geh hin um. Das ist auch schon da, ne? Ich hab dir gerade einen weggeschnappt gerade. Wow, weg. Ja, ja, macht nix. What the fuck, wie kommt denn der hinter mich? Ey, ich muss erstmal, muss erstmal klarkommen. Wir nehmen dich ja gut her, ey. Wir verteidigen Arnie. Wir kommen aber auch nicht raus, um ehrlich zu sein. Das ist schon so schön verloren, das war mir eh klar. Ich geh schon mittlerweile davon aus, dass ich 90% der Spiele verliere. Ja, dann... Ich hab das seine Idee, wenn wir gezockt haben, gar nicht mehr gezockt. Und die Startup hat zu dritt im Gang, pass auf. Ja, das ist voll mies. Warte mal, ich hab das schon gerne dabei. Du kannst nicht mehr normale Gegner finden. Es sind nur so Tryhards mit Dorn und letzten Board und Matador und so. Normale Gegner finden sie nicht mehr. Ja, aber... Muss doch mal ein Spiel geben, wo einer mal ein Impulsgewehr nimmt oder so. Kann nicht jedes Spiel sein, dass sie... Ich muss sagen, ich mag das gar nicht. Dorn ist schon okay für Osiris, aber sonst würde ich den gar nicht mehr benutzen, irgendwie. Langweilig. Du kommst hier. Jawohl, schieb verklopft. Muss jetzt mal hier sitzen. Verklopft. Dass er da hinten ist. Da rutschen sie in alle Raum. Komm, raus. Ich hab 16 Schuss für die Fallwände. Na dann lauf mal an, okay. Wenn du 16 Schuss hast, dann halt 16. Es bringt halt nichts, weil jeder dieselben Shotguns dabei hat. Und meiner halt nicht mehr so tödlich ist. Wollen wir zwei Schuss mittlerweile. Und jetzt sind doch die Sniper Shotguns unterwegs. Das kann einfach nicht sein. Aus einem Meter steht er vor mir im Visier drin. Ich schieße halbe Energie. Es ist nicht normal, was mit dieser Shotgun abgeht gerade. Jedes Spiel ist die einfach nicht tödlich. Weiß ich, was ich da noch machen soll. Es ist auch egal, welche Shotgun ich nehme. Ich brauche immer zwei Schuss und dann bin ich halt schon tot. Schwindsrepafel, oder? Jawohl. Das ist unsere. Ja. Das ist so ein Unsinn. Oh ja, freut man auch. Wie schwer er kommt. Ich hab nix mehr, muss weg. Mach jetzt. Alter, ich bin auf ner fiesen Kill-Serie hier. Er killt sich halt schon wieder mit der Matte drüber. Ich seh's krass. Ich mach mal Klingdance an. Ich kann nicht einen mitnehmen. Es ist wieder alles vorbei. Ah! Mach ihn blatt, mach ihn blatt. Danke. Habe ich den assist? Es ist so lächerlich, was ich mit dem Gingdance hier mache. Es ist halt nichts. In fünf Spielen zwei Kills oder so. Ja, du hast genauso Glück wie du in den letzten Tagen Glück hattest. Ich hab aber für Warpane Glück gehabt. Ja, jetzt hab ich den auch mit. Jetzt klaut der mir noch den einen Frag, den ich vielleicht noch mit Mg machen würde. Das ist so geil. So ein geiles Spiel, man. Ich hab schon gar keine Lust mehr. Ich hab die Maschinengewehr-Serie jetzt seit drei Tagen drin. Dann kriegt der nicht hin. Nicht immer von der Kerl oder Super sterbe. Dann fahrt er mit dem Zug hoch, mit dem Auto hoch. Hinten kommt er noch. Hör auf. Das war am angenehmsten. Da kommst du auch am besten aufs Messer gesehen. Ja, wobei ich sagen muss, das geht mit Öffentliche gut. Also das Ding fährt ja direkt an Messe. Der Zug. Mhm. Also es war echt gechillt. Fack, wo sind die denn schon wieder alle? Da hast du geil genommen, gell? In der City, der Füßenstraße. Das ist so wie Theodor Heuss in Stuttgart im Prinzip. Ich kann nichts machen. Das Ding kann mir gehen. Dann bin ich im Single. Ja, wir haben direkt neben Postel, haben wir eine... Was war das? Eine irische Erwebe? Das war eigentlich ganz witzig. So ein paar. Ja. Ja. Wollen wir irgendwann mal B holen? Um echt zu sein, dann... Ich mach ja nur die Skalps mit irgendwie. Ja, jetzt war wir hier. Hinter uns. Passführung abgegeben, nein. Wir haben Zone B eingenommen. Ah. Unsere. Wir haben B. Klingendancer. Ey, der tötet mich schon wieder. Ich kann nicht... Ich kann nicht einen Frag machen, ohne dass ich von der Shotgun tot bin. Als Klingendancer. Ich hatte volle Energie, gehe hin und bin sofort wieder tot, wenn ich einen Schlag mache. Das gibt dir mal. Das ist unmöglich, das Spiel. Das ist einfach... Ich weiß nicht, ob es bei mir laggt oder was das ist. Ich bin jedes Mal tot. Jedes einzelne Mal. Das ist eigentlich eine grüne Verbindung. Ja, ich versteh's aber nicht, wie ich so schnell immer tot sein kann. Der hat einen Schuss nur gemacht mit der Schuldigbefunden. Kein Nackhaft, kein Nix. Ich bin sofort tot. Hab 400 Lebenspunkte, bin sofort tot nach einem Schuss. Jetzt laust du mir den und ich bin tot. Ich hätte volle Energie gehabt, wenn ich den gekillt hätte. Aber ne. Genau bei der letzten bisschen Energie klaut mir der wieder ein. Wir gucken, dass wir's halten will. Ey, ich kann echt nix machen. Ich kann... Das Spiel ist einfach nur noch gegen mich. Ich versteh's, wenn's den Gang card hier auf... Oha, vergiss es. Schleierschatteneinschuss, ich war weg. Schwere Munition, komm. Jetzt kommt die Schwere einmal für mich. Na ja, und Chaos Force. Das ist so lächerlich. Na nein, ich hab's grad gesehen. Ich kann halt keinen Doppelkill hinkriegen. Ich bin immer tot von irgendeinem Superdamm. Das ist halt einfach so. Nix machen wir. Ich kann Raphne von wo die kommen. Aber besser als so mal keinem gespielt als ich so lasst den Traum runter. Wir sind ja alle gleich beschossen. Ja, muss ich sagen, wenn wir auch. Danke für die Sphäre. Okay. Wir sind mit voller Energie. Ich hab's endlich fertig. Ich kann schon wieder einer von der Seite. Ich kann da nichts machen. Der eine frisst wieder zehn Schuss, bis er tot ist. Und dann holt mich das andere von hinten. Was ist trotzdem fertig? Na, ich hab's fertig. Jetzt kann's endlich mal kehren, wenn wir spinnen. So, der A verlor. Alter, stirb doch mal nach einem Schuss. Oberbombe. Ach komm, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Bei der A ist sicher. Irgendwann gewinnen wir noch. Das macht Klingel jetzt aber B, oder? Ja, mach mal. Mach mal ich schon. Mach schon mich schon, ne? Ja. Ja, ich räume alle weg, als ob, ey. Ich müsste eigentlich jedes Mal voll Energie haben nach einem Kill und ich könnte mich halt einfach mit Nahkampf nur töten. Das ist so ein Witz, man. Das macht echt so keine Laune mehr, der scheiß Klingentänzer. Da spielst du schon auf Pfeilungen und du kriegst einfach nie Energie, weil es einfach so lag ist. Aber auf der Karte geht er noch, finde ich, der Klingentänzer. Das ist noch die beste Karte für den. Den anderen muss ich gar nicht mehr nehmen. Seitdem jeder Shotgun spielt und seitdem es dieses Server lags gibt, sind einfach unspielbar. Da hat mir wieder jemand den trackt. Ich kann den nicht töten, der steht drei Meter in Entfernung. Ich ainge genau auf seinen scheiß Schädel. Es ist unkillbar bei mir. Un-fucking-killbar, dieses Spiel. Von hinten kriege ich dann einen, der halbtot ist, mal mit einem Schuss. Das kriege ich gerade noch so hin. Ich schieße mich schon wieder mit der Dorn über die ganze Map tot. Das ist so ein scheiß Witz, man. Das macht einfach keine Laune mehr, wenn ich für jeden Scheiß Gegner zwei Schuss von der Fellwände brauche. Da kann ich doch auch Schwertbrecher nehmen. Da habe ich ein bisschen Feuerrate, die das hergibt, dass ich zwei Schuss mache. Ich verrecke halt bei jeder Shotgun, egal was sie haben, die schießen mit schuldig befunden auf mich im Klingentänzer. Ich bin nach einem Schuss tot. Ein Schuss. Ja, das ist scheiße. Das macht so überhaupt keinen Sinn, das Spiel. Das ist einfach unberechenbar. Es kann doch nicht sein, dass ich auf einen Typ gehe, auf den draufhüpfe, der nicht einen Schuss abgeben kann, bevor ich neben ihm stehe und ich trotzdem noch verrecke. Das ist doch einfach nicht möglich. Er kriegt halt hier die beste Partycrasher, die es überhaupt gibt im ganzen Spiel. Das ist so ein Witz, man. Ich komme nicht über eine 1.5er-Karte in diesem Scheiß-Eisenbanner, weil ich jedes Mal verrecke von irgendwas.